Mein Name ist Pia Koban und ich habe zusammen mit Carina Halfen 2014 den Blog Munich Insight gegründet. Carina und ich haben immer schon gern Restaurants gemeinsam getestet und waren auf der Suche nach einer Plattform, die uns die neuesten Adressen zeigt, haben sowas in der Art aber nie gefunden und dann dachten wir uns, warum nicht selber machen. Ursprünglich war der Blog für Münchner gedacht, mittlerweile bekommen wir aber so viele Anfragen zu anderen Städten, dass wir uns überlegt haben, das auch auszudehnen. Wir berichten auch über Pop-up Stores oder Events. Für die Bearbeitung unserer Fotos benutze ich Creative Cloud. Gerade unterwegs muss ich oftmals ziemlich schnell gehen und da sind die Mobile Apps von Adobe super praktisch. Ich bin nie schnell zufrieden und experimentiere super gerne rum und da ist Lightroom Mobile sehr hilfreich, weil ich ganz schnell und einfach neue Looks ausprobieren kann. Eines meiner Lieblingsfeatures ist definitiv die selektive Farbkorrektur. Durch die Cloud-Funktionen und die Bibliotheken der Mobile Apps verliere ich keine Zeit mehr mit unnötigen Transfer-Schritten. Um unseren Blog noch weiter zu entwickeln, benutzen wir auch immer mehr andere Tools, wie beispielsweise Adobe Spark. Meine Leidenschaft ist es, anderen, schöne neue Orte zu zeigen und mit Creative Cloud kann ich das umsetzen. Überall. imssonyllMorlene Juli 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 Untertitelung des ZDF, 2020